Saisonfinale am Hockenheimring. Die Französin Célia Martin und die Lichtensteinerin Fabienne Wolvent treten als einziges Frauenteam bei der ADAC GT4 Germany an. Können sie sich in ihrem grünfolierten Aston Martin gegen die Männer behaupten? Ein mega hartes Rennen, eines der härtsten Rennen, die ich hier gefahren bin. Ihr Ziel? Die Top Ten und Anerkennung in der erbarmungslosen Männerwelt. Zwei Tage wird jeweils morgens in der Qualifikation und nachmittags im Rennen hart gekämpft. Ihr Rennteam Pro Sport Racing ist erfolgsverwöhnt. Mit vier Aston Martin Vantage GT4 Boliden sind sie am Start. Dann ist die anspruchsvollste GT4 Serie, die ich kenne weltweit und das Niveau vorne ist extrem gut. Teamchef Chris leistet mit dem einzigen rein weiblich besetzten Cockpit in der Serie Pionierarbeit. Er glaubt an seine Rennfahrerinnen Fabienne und Célia. Nur 1,5 Prozent der weltweit lizenzierten Rennfahrer sind weiblich. Trotzdem kämpfen die beiden Frauen für ihren Traum, hauptberuflich Rennfahrerin zu sein. Ich weiß, was ich kann. Ich hab genossen. Sehr gut. Seit es Rennautos gibt, fahren auch Frauen sehr erfolgreich in verschiedenen Rennserien. Sind Frauen als das vermeintlich schwache Geschlecht den Männern körperlich unterlegen? Als ich angefangen bin, sind leider sehr wenige Frauen auch im Motorsport gegeben. Und als ich aufgewachsen bin, muss ich sagen, war Rahel Frey in der DTM unterwegs. Und ich weiß noch, ich war in der Schweiz im Go-Kart unterwegs und sie hat mir damals einen Pokal übergeben. Die Schweizer Rennfahrerin ist seit drei Jahrzehnten im Motorsport in verschiedenen Rennklassen zu Hause. In ihren zwei Jahren DTM lässt Rahel Frey viele Männer langsam aussehen. Körperliche Unterlegenheit? Bei Michel Mouton Fehlanzeige. Sie gilt als die erfolgreichste Fahrerin der Rallye-Sportgeschichte. 1981 fährt sie beim Weltmeisterschaftslauf der Rallye San Remo die Männerwelt in Grund und Boden. Ihr Name? Die Königin der Nordschleife. Das Zuhause der 2021 viel zu früh verstorbenen Sabine Schmitz ist die legendäre Eifel-Rennstrecke. In den 1990er Jahren ist sie eine der schnellsten auf der Nordschleife und gewinnt dort zahlreiche Langstrecken-Klassiker. Jutta Kleinschmidt ist die einzige Frau, die einen Rallye-Dakar-Gesamtsieg auf dem Konto hat. Heute fährt sie in der Extreme E. Dort muss jedes Cockpit laut Reglement von einer Frau und einem Mann besetzt werden. Als Susanne Stoddard geboren, fährt Susi Wolf sechs Jahre erfolgreich in der DTM. Sie ist eine von nur fünf Frauen, die in 70 Jahren Formel 1 jemals bei einem Grand Prix in einem Cockpit Platz nehmen durften. Sie haben es bewiesen. Auch Frauen können erfolgreich Rennsport betreiben. Und trotzdem sind sie im 21. Jahrhundert noch die Ausnahme. Fabienne und Celia wollen bei der GT4 Germany das Gegenteil beweisen. Wir haben ja schon immer die Debatte gehabt, warum sind Frauen nicht auf dem Niveau, warum kriegen sie nicht so viel Support und Unterstützung im Motorsport. Ich glaube, es fehlt ein bisschen an der Masse eben, dass auch da der Beweis angetreten wurde und wird, dass es Frauen gibt, die auch schnell sein können. Die Extreme E, wo ich gerade selber unterwegs bin, ist ja ein gutes Beispiel dafür, wie man jetzt gerade aktuell im Offroad-Bereich zum Beispiel eine Perspektive hat als Frau und auch Geld verdienen kann. Das ist ja heutzutage leider Gottes immer schwieriger als Profi-Rennfahrer. 2021 ins Leben gerufen, fährt die rein elektrische Offroad-Serie Extreme E an Orten, die besonders vom Klimawandel geschädigt werden. Im Race for the Planet muss jedes Auto von beiden Geschlechtern pilotiert werden. Gleich startet das einzige Frauenteam ins Renn. Fabienne und Celia leben ihren Traum als Rennfahrerinnen. Wie die Pionierinnen setzen sie sich für mehr Weiblichkeit im Motorsport ein. Und sie wollen auch anderen Frauen und Mädchen Hoffnung geben, ihren eigenen Traum zu verfolgen. Es fehlen einfach auch viel die Vorbilder, weil eben wenn du den Fernseher einschaltest, siehst du halt sehr wenige Rennfahrerinnen. Und ich denke, das ist schon so, wenn man es sieht, dass es möglich ist, dass es auch Einnahmen in Zukunft gibt und das überhaupt versucht. Celia kam 2022 ins Pro-Sport-Team. Die 32-Jährige hat bisher nur wenig Rennerfahrung. Fabienne dagegen ist als Kind im Kartsport groß geworden. Die Unterstützung ihrer Familie macht ihr den Einstieg in den teuren Rennsport leichter. In der Saison 2023 stehen von Mai bis Oktober fünf Rennen im Kalender. Das Arbeitsgerät ist ein Aston Martin Vantage mit 430 PS starkem Mercedes V8-Motor unter der Haube. Das Rennfahrzeug kostet rund 200.000 Euro als Kundensport-Neuwagen. GT4-Rennfahrzeuge sind im Gegensatz zu GT3-Boliden etwas weniger aufwendig für die Rennstrecke umgebaut. Das bedeutet nicht, dass an der Sicherheit gespart wird. Ein Überrollkäfig, Fünfpunktgurte und weitere Sicherheitsfeatures sind Standard. Der geringere Aufwand wird im Wesentlichen bei der aerodynamischen Optimierung und Leichtbaukomponenten betrieben. Ein GT4-Rennfahrzeug ist näher an seinem Straßen-Serienfahrzeug und günstiger als ein GT3-Racer, der um die 500.000 Euro kosten kann. Celia Marteux macht sich rennfertig für die erste 20-minütige Qualifikation. Konzentration und ein klarer Fokus sind hier entscheidend. Ab dem 15. Platz gibt es Punkte. Das ist ihr Mindestziel. Top 10 wäre noch besser. Wir sind hier in Ockenheim. Gleich mal Zeit für Qualify in 1. Celia ist im Auto, ich natürlich auf Reserve. Sie werden auch heute Nachmittag den Start fahren und ich werde das Auto dann übernehmen. Natürlich letztes Mal Sachsen-Ling, Top 10 mit Platz 12. Dem sprechend Ziel auch, die Saison auf dem Hoch abzuschließen. Ja, Ziel ist natürlich immer Punkte. Platz 15. Natürlich wäre es eine schöne Top 10-Platzierung rauszufahren. Der Qualifikationslauf mit Celia am Steuer läuft sehr gut. Sie ist nicht im Verkehr stecken geblieben. Keine Flaggen stören die schnellen Runden. Kein Abbruch wegen Unfällen. Der Blick auf die Zeit 1.47.2.99. Startplatz 10 im ersten Rennen des Wochenendes ist gesichert. Celia ist nur acht Zehntel langsamer als der schnellste. Die ersten 15 Plätze liegen knapp eine Sekunde auseinander. Hier zeigt sich das hohe Fahrerniveau. Ein erfolgreicher Auftakt ins Rennwochenende. Für das gesamte Pro-Sport-Team läuft es an diesem Samstag richtig gut. Die Mädels, also Celia auf P10, das ist natürlich genial. Drei Autos unter den Top 10, das ist schon richtig gut. Unser Saisonziel war von Anfang an, wenn wir mal in die Top 10 mit den Mädels fahren, das wäre genial. Und jetzt im Qualifying Top 10, das hätte ich nicht erwartet, wirklich nicht erwartet. Also ich bin ja richtig stolz auf die Mädels und auch auf das ganze Team. Mit dem Erfolg des Qualifyings steigen die Erwartungen für das Rennen. Können Celia und Fabienne die gute Startposition im Rennen halten? Oder vielleicht sogar ausbauen? Erfolge wie diese sind das Resultat akribischer Vorbereitung. Diszipliniertes Training und technische Analyse dürfen da nicht fehlen. Der Arbeitsalltag der Rennfahrerinnen beinhaltet mehr als nur am Wochenende Vollgas geben. Ich fahre eigentlich schon mein ganzes Leben Autorennen. Als Siebenjährige wollte ich eigentlich mal ein Pony haben. Und ja, das gab es nie. Und mein Papa ist mega motorsportbegeistert, hatte früher aber keine finanziellen Mittel oder Möglichkeiten, irgendwas in der Richtung zu machen. Und wir sind eigentlich per Zufall über einen Bekannten zum Go-Kart gekommen. Eigentlich von meinem großen Bruder Raphael, der ist zwei Jahre älter als ich. Und dann sind wir auf eine kleine Kartbahn in der Schweiz gefahren. Und ich war eigentlich da zum Zuschauen. Und dann hat mich aber mein Bruder gepusht, das auch mal auszuprobieren. Und dann bin ich Perron gefahren und bin ausgestiegen, Visier geöffnet und gesagt, Papa, das will ich auch. Der Einstieg in jungen Jahren über den Kartsport ist der klassische Weg in die Profiklassen. Somit ist gewährleistet, dass die Sportlerinnen und Sportler sich entwickeln können und die Rennsportbasics in Fleisch und Blut übergehen. Um für die körperlich anstrengenden Rennen fit zu bleiben, sind die Sportschuhe ein ständiger Begleiter. Was für Fabienne Alltag seit Kindertagen ist, dafür hat sich Celia Martin aus Frankreich erst im Alter von 30 Jahren aktiv entschieden. Die studierte Juristin hat in Frankreich alles aufgegeben, um nach Adenau an die Nordschleife zu ziehen. Trotz schwieriger Voraussetzungen im Motorsport, hat sie beschlossen, es als Rennfahrerin zu probieren. Diese Unterstützung bei meiner Familie nicht gehabt. Mehrere Gründe, eins, weil es war überhaupt kein Budget da, es war einfach nicht mehr in Frage. Also ich habe nicht gefragt, ob ich gerne einen Go-Kart fahren möchte. Ich wusste, das war einfach nicht möglich. Von daher, das ist auch der Grund. Deswegen habe ich auch mein Abschluss, also ganz das Studium gemacht, weil ich dachte, okay, dann mache ich einen Job. Und dann mit diesem Job fahre ich einfach Autos. Ich habe deswegen spät angefangen. Wenn die Mittel fehlen, ist Rennsport fast unerreichbar. Egal ob Mann oder Frau. Das erste Rennen rückt immer näher. Fabienne und Celia gehen zusammen ihre Strategie für das Rennen 1 des finalen Rennwochenendes der Saison am Hockenheimring durch. Ihren Startplatz 10 müssen sie unbedingt nutzen. Letzte technische Vorbereitungen und Checks an den GT4-Rennfahrzeugen von ProSport Racing. Die V8-Motoren brüllen heiser und dunkelgrollend zum Gefecht. Celia wird als Startfahrerin ins Rennen gehen. Letzte Besprechungen mit dem Teamchef und Kollegen, um auf die Tücken des Rennens besser vorbereitet zu sein. Verhilft die gute Ausgangsposition den Frauen zum erträumten Erfolg? Ich brauche keine Tipps von mir. Wir sind stärker als die Mercedes. Also jetzt natürlich Highlight, 10. Platz, das möchten wir natürlich nach Hause fahren. Und ja, jetzt daumen drücken und let's go. Nach der Einführungsrunde ist das Rennen mit fliegendem Start eröffnet. Celia behauptet sich zunächst, doch dann folgt Bekanntschaft mit der Umgebung. Nach dem Schock schnell zurück auf die Strecke. Doch es folgt eine Safety-Car-Phase, um einen Bruchpiloten zu bergen. Fabienne macht sich zur Mitte des Rennens bereit für den Fahrerwechsel. Ja, natürlich, schade. Start war eigentlich mega gut. Es war sich ja eigentlich sicher auf Platz 14. Und ich weiß nicht genau, was es war. Ob da irgendwie Öl oder eine Flüssigkeit, irgendwas auf der Strecke war. Aber ja, es ist da, ja, ein bisschen ausgeritten. Aber für andere Autos auch. Also denke ich fast, dass da was, ja, Kühlflüssigkeit, Öl oder irgendwas auf der Strecke war. Safety-Car jetzt draußen. Deshalb mache ich mich jetzt ready, dass, ja, sobald halt Safety-Car reingeht, dass wir sofort tauschen und versuchen dann, ja, die Lücke zu schließen und doch noch in die Punkte zu fahren. Celia kämpft in einem turbulenten Rennen. Es geht heiß her, die Sonne steht tief. Sie verliert einige Plätze und liegt zum Boxenstopp auf Platz 24. Nach ihrem Stint ist ihr die Enttäuschung deutlich anzumerken. Alles scheiße. Einfach so. Ja. Ich versuche irgendwie gemütlich, nicht voll aggressiv einzugehen, einfach zu folgen. Dann zwei Kontakte und dann Safety-Car. Die ganze Zeit scheiße. Fabienne bei der Aufholjagd. Kann sie noch Punkte rausholen? Doch auf die Hoffnung folgt nach dem Rennen Ernüchterung. Ja, schwierig, ein schwieriger Tag heute. Also, ja, voller Erwartung, dass es ein gutes Rennen wird. Und die Pace war da. Aber, ja, wir haben das Beste noch draus gemacht. Ich habe das Auto übernommen und noch ein paar Positionen gut gemacht. Wäre das Rennen noch ein bisschen länger gegangen, hätte ich vielleicht in die Punkte schaffen können, weil da war wirklich ein Zug vor mir und ich war schneller. Also die Pace hat gepasst. Ja, du, passiert. Wir lernen draus und versuchen es morgen nochmal besser zu machen. Man konnte jetzt in den letzten Rennen sehen, schon seit Lausitz-Ring, vor allem Sachsen-Ring, immer mehr Selbstvertrauen. Am Anfang war es wirklich schwierig. Dann hat es wieder mal geklappt, dann wieder nicht. Dann standen sie wieder im Kiesbett, Dreher. Das ganze Programm. Der erste Renntag des Saisonfinales am Hockenheimring verläuft wie eine Achterbahnfahrt. Die Hoffnungen nach Startplatz 10 enden im turbulenten Rennen auf Platz 19. Leider keine Punkte, aber der zweite Renntag steht noch bevor. Sonntag, letzter Rennen der Saison hier. Und das ist der Fabientag, sage ich so, weil sie fährt jetzt ein Quali. Das wäre spannend. Und zunächst läuft es für Fabienne. Die 26-Jährige kann sehr gute Zeiten auf den Asphalt zaubern. Zwischenzeitlich liegt sie auf Rang 3. Doch nach einem Unfall eines anderen Teilnehmers wird die Quali durch eine rote Flagge beendet. Und ihre gute Rundenzeit wurde wegen Track-Limits aberkannt. Das war eine 46-3 gewesen. Aber ja, für Turn 1, Track-Limits wurde mir gestrichen. Dann zweite fliegende Runde hatte ich Doppelgeld, musste ich abbrechen. Und dann, ja, wurde ich geblockt, musste nochmal Abstand nehmen. Und dann gepusht, war ich zwei Zehntel unten. Und dann zweitletzte Kurve, rote Flagge, Game Over. Klar, wenn du ausserhalb der Strecke fährst, das ist auch in der Formel 1, dann kriegst du die Runde gestrichen. So, okay, dann hat sie aber neuen Anlauf genommen und war in den ersten beiden Sektoren schneller als in der schnellen Runde. Und dann kam rote Flagge und dann ist die Runde, dass er musste vom Gas gehen, war für ihn und für sie dann natürlich fatal. Platz 20, 21, 22 anstatt Platz 4, 5. Doch nach der Quali ist vor dem Rennen. Im letzten Lauf der Saison gilt das Motto, Feuer frei. Ich hoffe, dass wir das Pech für dieses Wochenende jetzt aufgebraucht hatten. Mittlerweile, glaube ich, entgegen allen Kritikern liege ich gar nicht so falsch. Wenn man jetzt die zwei Qualifyings gesehen hat, Pech gestern im Rennen, heute Morgen die Runde gestrichen, rote Flagge, Fabienne wäre auf P5 gewesen. Die wäre definitiv auf P5 in dem Quali gewesen. Zillia auf P10. Da hätten noch vor zwei, drei Monaten mich alle ausgelacht. Das letzte Rennen. Die Ampel wird grün. Fabienne als Startfahrerin kämpft sich durch den Verkehr. Dank ihrer Kondition und Erfahrung kann sie sich gut behaupten. Sie übergibt das Fahrzeug unbeschadet an Celia. Wie zufrieden ist sie mit ihrer Leistung? Das ist ein mega hartes Rennen. Eines der härtsten Rennen, die ich hier gefahren bin. Der Start verlief mega. Am Anfang war er auch super. Ich konnte mega mitkämpfen. So viele Leute überholt. Aber er wurde von einem Mitbewerber abgedrängt. Und gerade drei Autos am Stück vorbei. Und dann einmal auch bei den Haaren haben sie so früh gebremst, weil wir am Kämpfen waren, dass ich auch einmal da raus musste. Und jetzt am Schluss, ja, waren die Zeiten wieder okay. Mal schauen. Pitstop war perfekt. Schauen, wie es nah ausschaut. Ob Celia noch ein bisschen weiter kämpfen kann. Und dann hoffen wir, es reicht für die Punkte. Es wird hart gefeitet. Celia ist da keine Ausnahme. Doch für Punkte oder gar die Top Ten reicht es am Ende leider nicht. Hätten wir in der Volley die Runde bekommen, dann hätten wir jetzt Top Ten gegeben. Du siehst, da fährt keiner mehr weg. Guck mal, wenn zwei M-Fahrer hier gewinnen, und da dabei zu haben, wie hoch das Niveau mittlerweile hier ist. Hier gibt es keine wirklich schlechten. Der beste Esten des Pro-Sport-Teams landet auf Platz 3. Celia und Fabienne beenden das letzte Rennen der Saison auf Platz 22. Mit den langersehnten Punkten ist es im Abschlussrennen nichts geworden. Woran es letztendlich lag, schwer zu sagen. Eventuell einfach Pech? Mal verliert man, mal gewinnt man. Das ist Alltag im Motorsport. Ich bremse, ich bin daneben. Ich schlenke einfach. Er lenkt auch gegen mir. Wenn du bist zu nett, kriegst du die Position. Aber wenn du versuchst, ein bisschen zu kämpfen, die sagen, es ist immer deine Schuld. Ich mag Kontakt. Aber nicht, wenn ich eine Strafe kriege, aber sonst, deswegen. Pro-Sport Racing beendet die Saison 2023 auf dem zweiten Platz der Teamwertung. Celia und Fabienne konnten jeweils vier Punkte ergattern. Platz 34 der Fahrerwertung in ihrer ersten gemeinsamen Saison auf einem Auto. Nicht so gut wie erhofft, doch die Erfahrung ist wertvoll, um darauf aufzubauen. Erste Achtungserfolge für sich konnten die Rennfrauen erreichen. Kritiker überraschen. In der nächsten Saison werden Celia und Fabienne wieder zusammen Vollgas geben, um den Männern zu beweisen, dass Frauen im Rennsport vorne mitkämpfen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017